Schatzi, wieso gehst du mir fremd? Hey, wieso gehst du mir fremd? Was? Du weißt, dass du mir fremd gegangen bist. Nein. Gib's doch einfach zu, ich seh's doch. Ja, Schatz, das hast du doch auch schon mal gemacht. Nein, ich würde es niemals machen. Dorito? Ich will jetzt kein Dorito, zeig jetzt. Oha, oh. Kea, ganz sicher. Nein, nein, nein. Okay, ich geb's zu, aber es war nur eine Folge und der Phil hat irgendwie so eine Zaubershow gemacht. Das ist so lustig und ich musste es einfach anschauen. Es tut mir leid. Ich liebe dich. Du mich auch, oder? Ja, okay. Aber wir spulen jetzt zurück. Brrrr.